Bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch die Seite IGVOLT vorstellen. Dort bekommt ihr günstige Gamecards, Spielwährungen wie Fortnite V-Bucks, Spielkonten, darunter günstige, seltene Fortnite-Accounts, wo sogar extrem seltene OG-Skins dabei sein können, sowie vieles mehr in über 400 Games. Checkt unbedingt mal den ersten Link in der Beschreibung ab und benutzt den Rabattcode E-Trauen bei eurer Bestellung. Sehr nice Sache und jetzt geht's aber rein ins Video. Yo Leute, was ist das? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und zwar heute gibt's auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr interessantes und heftiges Video für euch. Ihr solltet unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn Leute, heute kommt auf jeden Fall das neue Dragonball-Update in 400. Dabei hat es sich um ein extrem großes Update auf jeden Fall gehandelt. Wir haben extrem viele neue kostenlose Belohnungen unter anderem erhalten, sowie natürlich auch die Dragonball-Skins im Itemshop, die ihr euch auf jeden Fall hier gönnen könnt, Leute. Und ich werde euch im heutigen Video auf jeden Fall einen Glitch zeigen, einen richtig heftigen Glitch, mit dem ihr einfach mal all diese Skins, das gesamte Pakete hier, einfach mal komplett kostenlos bekommen könnt. Und natürlich auch wieder die ganzen kostenlosen Belohnungen ganz einfach freischalten könnt. Deswegen, Leute, bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran. Da wird euch das Ganze auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und ja, ich habe das Ganze auf jeden Fall einen Glitch im Internet entdeckt, der ganz frisch hochgeladen wurde. Ich dachte, ich teste den direkt mal für euch, damit ihr jetzt natürlich sehen könnt, ob es wirklich hier eine Möglichkeit gibt, auf jeden Fall die Dragonball-Skins direkt kostenlos zu bekommen. Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Free-Skin-Litches, New York-Skits und vieles mehr zu verpassen. Wir sind auf dem Weg zu den 12.000 Abonnenten. Es fehlen wirklich gar nicht mehr viele. Ich glaube, vielleicht, wenn man dieses Video sieht, haben wir die sogar schon erreicht. Vielen, vielen Dank dann auf jeden Fall für euren Support. Außerdem, Leute, habt ihr die Chance, hier sogar auch nochmal zusätzlich ein Dragonball-Paket oder irgendeinen anderen Skin aus dem Itemshop sowie auch vielleicht hier einen Battle-Pass zu gewinnen, falls ihr zum Beispiel keinen Bock habt, diesen Glitch nachzumachen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist extrem einfach. Ihr müsst ganz einfach dieses Video liken, diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dazu, Leute, auf jeden Fall euren Epic Games im Kommentar, damit ich am Ende eine Person adden kann. Und auf jeden Fall auch mir auf Twitch, Twitter und Instagram zu folgen. Alle Links sind hier in der Videobeschreibung. Sehr, sehr wichtig, dass ihr das Ganze auf jeden Fall macht. Und, Leute, ganz wichtig, mit am wichtigsten, ihr müsst meinen Creator-Code detrauen im Itemshop eingeben. Denn auch dieses Gewinnspiel wird erst stattfinden, wenn wir auf jeden Fall die 1.000 Unterstützer bei meinem Creator-Code erreicht haben. Dann werde ich das Ganze auf jeden Fall erst machen. Deswegen verpasst auf gar keinen Fall eure Chance. Und ja, macht das Ganze, um eure Chance nicht zu verpassen. Ich würde aber sagen, wir starten direkt rein in das Video. So, Leute. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier vorne an. Und zwar haben wir jetzt hier in der Lobby auf jeden Fall hier noch diesen Dragon Ball. Also, wie gesagt, ich sage vorweg, ich habe keine Ahnung von Animes, auch nicht von Dragon Ball. Ich bin auch niemand, der sowas jetzt krass feiert. Aber ich würde euch natürlich trotzdem gerne zeigen, wie ihr das Ganze alles bekommen könnt. Und zwar gibt es jetzt hier ein neues Feld. Das Event dauert übrigens genau 14 Tage jetzt an. Also, die nächsten 14 Tage habt ihr die Möglichkeit, diese Herausforderungen abzuschließen. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr auf jeden Fall die Herausforderungen machen könnt. Und zwar steht das Ganze hier auf jeden Fall schon. Und zwar habt ihr hier die verschiedensten Sachen. Wir können das Ganze hier mal kurz durchklicken. Wir haben hier Emotes. Dann haben wir hier sogar ein Level, was man hochkommen kann. Also ein komplettes Level. Dann haben wir hier Birkblings. Man kann hier wirklich sehr, sehr viele Level aufsteigen auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach, um das Ganze zu machen. Es steht hier auf jeden Fall auch schon. Hier haben wir einmal die Aufträge, die wir dazu machen können. Die Dragon Ball Aufträge. Und zwar haben wir die verschiedensten Sachen. Zum Beispiel hier diesen Dragon Ball. Und dafür müsst ihr einfach hier die Aufträge auf der Map machen. Ihr könnt sie hier sehen. Ich werde sie jetzt nicht alle machen in dem Video, damit das Video relativ schnell kommen kann. Übrigens haben wir auch eine Map-Enderung. Bei Daily Bugle hat sich geändert. Ich habe jetzt noch nicht gezockt, aber vielleicht komme ich es mir gleich mal an. Dann bekommt ihr auch wirklich diese Blitze. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was das hier alles mit Anime zu tun hat und so. Aber die müsst ihr auf jeden Fall sammeln. Und könnt euch dann davon halt hier, wenn ihr halt eine bestimmte Menge habt, auf jeden Fall die ganzen Belohnungen hier einsammeln. Ihr könnt euch die Belohnungen natürlich auch kaufen für V-Bucks. Aber ansonsten könnt ihr das Ganze auch ganz easy freischauen. Es sollte eigentlich jeder easy schaffen in den nächsten 14 Tagen. Und Leute, ihr habt auch hier die Möglichkeit, diesen kostenlosen Leiter zu gewinnen, der auf jeden Fall sehr heftig ist, diesen Drachen hier. Wenn ihr auf jeden Fall alle Herausforderungen abgeschlossen habt. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, das Ganze zu machen. Und dieser Drache hat es wirklich sehr in sich und er wird bestimmt ein sehr seltener Gleiter sein. Soviel auf jeden Fall dazu, Leute. Also müsst einfach nur hier die Dragon Balls sammeln, um hier auf jeden Fall diesen Gleiter hier freizuschalten. Indem ihr halt hier die Herausforderungen macht. Und dann halt hier ganz easy Herausforderungen freischalten. Das ist ja einfach, Leute. Und ja, kann ich euch nur sehr empfehlen. So, Leute. Ich würde aber sagen, ich zeige euch auf jeden Fall noch ganz schnell den Glitch, den ich im Internet entdeckt habe. Er geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob dieser funktioniert. Bleibt mir jetzt also unbedingt bis zum Ende dran, um nicht zu verpassen, ob das Ganze wirklich funktioniert. Und zwar, Leute, das Erste, was wir auf jeden Fall laut dem Video machen müssen, ist einmal hier in das Menü zu gehen. Und in dem Menü, Leute, müssen wir jetzt einmal erstmal ganz kurz sicher gehen, dass auf jeden Fall hier euer Online-Status auf Abwesen oder euer Gruppendatenschutz auf Privat eingestellt ist. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute, dass ihr das Ganze einmal einstellt. So, dann haben wir das Ganze auf jeden Fall gemacht und können als nächstes hier einmal in die Einstellungen gehen. Also hier wirklich einmal in die Einstellungen im Menü. Und dann müssen wir einmal ganz kurz hier auf das Zahnrad gehen und einmal ganz nach unten scrollen. Und dann, Leute, gehen wir auf den Tab Wiederholungen auf die Stelle und müssen einmal sicher gehen, dass auf jeden Fall alle Wiederholungen ausgeschaltet sind. Und dass auf jeden Fall die nicht aktiviert sind, damit Epic Games das Ganze nicht nachverfolgen kann, wenn ihr den Glitch macht. Das fände ich nämlich bestimmt nicht so nice. Und ja, dann, Leute, müssen wir eigentlich nur noch einen weiteren Schritt machen. Und zwar müsst ihr ganz einfach hier einmal nach ganz hinten gehen, zu Konto und Datenschutz einmal sicher gehen, dass auf jeden Fall hier Kann-Geschenke empfangen aktiviert ist. Weil, damit ihr am Ende natürlich auch die Skins auf euren Account bekommen könnt. Das ist eigentlich auch schon fast alles. Und ich würde sagen, wir können auch wieder zurückgehen. Wie gesagt, ich denke mal, jeder sollte das anhaben, weil wir ja bitte keine kostenlosen Geschenke erhalten können. Wir können wieder zurückgehen, Leute, und dann müssen wir eigentlich noch einen letzten großen Schritt machen. Und zwar, Leute, müssen wir einmal noch mal ganz kurz hier unten in Textchat etwas eingeben. Und zwar müssen wir einmal HTTPS-Dragonball-Skins gleich free einmal eingeben. Also, genauso wie es hier steht. Und dann noch einmal einen Unterstrich. Und dann einmal euren kompletten Epic-Namen. Also, ähm, da ich auf der Playstation E-Tron heiße, kann ich mich auch einfach so nennen. Also, anstatt jetzt hier noch hier das Zeichen einzugeben. Aber so sollte es auf jeden Fall klappen. Also, laut dem Minus soll es auf jeden Fall gehen. Und dann müssen wir das Ganze einmal hier stehen lassen. Also, ihr müsst es nicht absenden. Solltet ihr am besten nicht. Und das müsst ihr einmal eingeben. Und, ähm, wenn ihr das Ganze gemacht habt, müssen wir einmal hier auf die, ähm, hier einmal auf die Modus-Auswahl gehen. Und einmal hier den, ähm, Solo-Modus auswählen. Einmal in eine Solo-Runde rein starten. Es ist sehr wichtig, dass es eine Solo-Runde ist. Und ich würde sagen, wir sind es dann auf jeden Fall wieder, wenn wir dann in der Runde drin sind. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall jeden Moment hier in der Lobby drin. Und jetzt, Leute, müssen wir auf jeden Fall warten, bis jetzt hier gleich steht, dass der Bus losfliegt. Ähm, jetzt müsst ihr einmal ganz kurz abwarten. Also, bis halt hier das, ähm, Signal ertönt, dass jetzt in 10 Sekunden das Spiel beginnt. Und so lange müssen wir jetzt auf jeden Fall auf der Spawn-Insel draufbleiben. So, der Bus geht jetzt auf jeden Fall los. Und bevor der Bus losfliegt, müssen wir einmal hier zurück zur Lobby gehen. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Und wenn wir jetzt wieder in der Lobby sind, wird sich auf jeden Fall entscheiden, ob dieser Glitch geklappt hat. Und ob wir wirklich alle Dragon Ball Skits in Unamensspint haben. Und... Ja, Leute, es sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. Gucken wir nochmal nach, Leute. Aber nein, anscheinend hat dieser Glitch leider nicht geklappt. Schade, Leute. Die Message in diesem Video sollte auch die ganze Zeit sein. Lass euch nicht von irgendwelchen Leuten weismachen, dass ihr einfach irgendwelche Skins oder halt die Dragon Ball Items komplett kostenlos bekommen könnt. Sie wollen nicht einfach nur auf Krampf, Klicks und Fame haben. Und ja, ich habe in keinster Weise behauptet, dass das Ganze funktioniert, sondern lediglich ein Glitch, den ich im Internet entdeckt habe, ausprobiert. Deswegen, ähm, zeigt auf jeden Fall Einsicht und verbreitet keinen unnötigen Hate in den Kommentaren. Das war's vom Video gewesen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.